So, da sind wir wieder. Wir versuchen uns die eine Quest da abzugeben. Schauen wir mal. So, da ist ein Steinchen. Quest als Steuereintreiber. Ah, ok. Huiiii! Patz! Was haben wir da? Reden. Ja, ja, ist gut. Wissen wir da runter oder so? Keine Ahnung. Ja, Cassandra, das übliche Leiden, ne? Das kann ich nicht loslassen. Schaut es euch das an. So. Hm, das kann ich nicht aufheben. Interessant. Ja. Ja. Aber das Problem ist, Cassandra, das eine Buch lässt sich hier nicht aufheben. Da zum Beispiel, ne? Ui. So. Und was machen wir da jetzt? Ah. Quest. Und jetzt mit Selten haben wir da gehabt. Ah, Steuereintreiber. Was da? So. Quest abgeschlossen. Ähm. Okay. So. So. Dann. So. gehen wir hier hin. Da, 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 da. Okay. The listigen. Was haben wir da? Cool. Da haben wir was schönes gefunden. So. Stöckchen. Danke. Okay. Hui. Wann haben wir noch mehr Stöckchen? Da haben wir noch mehr Stöckchen. Geh mal her damit, ne? Zack, zack, zack. Ach nee, das ist der, der Hirschhauerer, ne? Nee, nee, nee. Dann mach ich lieber das da. Wenn ich hier schlafe, würde ich das später machen. So. Naja. Probieren wir unser Glück mit dem Pferd. Die Ella. Kommt sie schneller? Sie auch. Ah, mein Mist. Bist du aber heute schnell unterwegs, ne? So. Straße gefunden. Und auf, auf und da vorne, ne? Über diese aggressiven Elche. Unheimlich. Du schau mal da. Hui. Oh je. Pferdchen. Alles gut? Ja. Alles gut. Ich glaub ein Bär, wer verfolgt uns. Aber, da lassen wir uns nicht lohnen. Ah, warte mal. Was haben wir denn da? Flieg mal. Flieg mal. Und sieg mal. Okay. Da müssen wir da rein. Okay. Okay. Ist da irgendwas? Schatz. Da sind Bären drinnen. Okay. Okay. Oder ein Kobros. Ah. Das ist ja. Sehr gut. Ah. Das ist ja so ein Tempel. Versteckter. Ui. Nein, Kassandra. Auf wieder. So. Fackel an. Okay. Da haben wir Geschirr. Das gehört mir. Atmis. Das gehört Grab da. Dings da, ne? Eine schöne Grabstätte. Und das da einbrechen. Sag mal. Jawohl. Ich bin ja ein Bro. So. Ratatouille. Das gehört aber lieber aus da, ne? So. Was hieß denn da hinten noch? Warte mal. Da war ja auch was, ne? Warte mal. Ne, oder? So. Da ist er mal her. Und dann müssen wir da rein. Na, das wird schon passen. So. Ja, mal lackern, ne? Du sagst das. Fackel an, ne? Oder wie? Doch, doch. So. So. Ui. Aua. Aua. Ui. Böses Viech. Böses Viech. Böses Viech. So. So. Durchsuchen. Ja, Fackel nehmen. Okay. Da kann man jetzt rein, oder? Nö. Ah, wie war das schon mit? Ansel, ne? So. Ne. Ne. Keine Ahnung. Ah, normalerweise kann man mit den Nvidia Ansel, oder wie das heißt. Ui. Du bist ja Schlange. Ah, Dinger. Der ist schnell, ah. Spionieren, ne? So. Okay. Was ist los? Na okay. Das ist los. Wir sehen uns gleich wieder.